Hallo Miko! Hi Florian! Du, ich habe eine kurze Frage. Schieß los! Reicht eigentlich das Training, wenn ich jetzt ein- bis zweimal in der Woche komme, zu euch aus? Definitiv! Denn schon nach einer Trainingseinheit können wir ein Trainingsreiz setzen, dank deines Krafttests, der noch messbar zehn Tage später vorhanden ist. Und durch regelmäßiges Training bei uns kommst du natürlich schnell und zügig an dein Ziel. Also heißt das jetzt für mich, ich könnte auch fünfmal in der Woche kommen und bin viel schneller an deinem Ziel? Dein Training ist wie ein Berg. So musst du dir das vorstellen. Du kannst natürlich fünfmal die Woche trainieren, bist du natürlich ganz schnell an der Spitze. Aber danach kommt natürlich auch wieder das Tal. Was im Umkehrschluss bedeutet, deine Muskulatur braucht einfach Erholungsphasen, damit sie effektiv wachsen kann. Okay, also behalte dir einfach mal den Rhythmus bei und behalte den Regenerationstag. Ein- bis zweimal die Woche und immer 24 Stunden dazwischen. Alles klar. Gut, danke!